Cassini 1 von Kapitol 1, Caletto 2. Aus der Zucht von Hermann Clausen in Neunkirchen, aus dem Jahrgang 1988, dem Stamm 3389. Cassini 1 zählt zu den internationalen Top-Vererbern im Springsport, war er selber aber auch hocherfolgreich. Mit Frankes Lothack, unter anderem mit seinen Erfolgen in London, Leipzig, Dortmund, Paris oder wie hier in der Aachener Sörs. Neben seiner beeindruckenden Karriere als Sportpferd, liegt der besondere Wert von Cassini 1 in seiner einzigartigen Vererberqualität. Bisher wurden über 70 seiner Söhne gekört. 2006, bei den Weltreiterspielen in Aachen, war Cassini 1 der herausragende Vererber. Mit Cavalor Kumano mit Jos Lanzig stellte er den Weltmeister in der Einzelwertung und mit Euro Commerce Berlin unter Gerko Schröder war wieder ein Sohn in der siegreichen Mannschaft, den Niederländer. Gerade mit blutgeprägten Stuten stellte Cassini 1 hervorragende Pferde, wie hier Rosalie La Sia unter dem Mexikaner Alberto Mijan im Stechen von Wiesbaden 2011. Eine große Überraschung gab es im Jahre 2012. Der junge Belgier Olivier Philippaz siegte beim hochdotierten Turnier in Spruce Meadows in Calgary. Na klar, mit Cassini-Blut, mit Cabrio van der Heffing. Auf in der schwarzen Pläke Ges 것을 verbeten Wiesbaden exploit. Dr. Spohalur Kumano was mit Ha Alejandro Eichel. Eine große Überraschung. Die απόpiele ist重ing. Unddar. Wir kommen worden! Thoseimportant 픽öder. Ratingensystem der Hall, Vielen Dank.